Wir präsentieren Ihnen jetzt die Oxidationsfilteranlagen Fermalik für Eigenwasserversorgung von Grünbeck. Diese vereinen mehrere Verfahrensstufen in einem Wasseraufbereitungssystem. Mit einem Leistungsbereich bis 10 Kubikmeter pro Stunde können die Anlagen der Fermalik-Baureihe beispielsweise in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Bauernhöfen und Industriebetrieben eingesetzt werden. Durch Verdüsung und Belüftung erfolgt eine Ausgasung und Oxidation. Dadurch werden Geruchsstoffe wie Schwefelwasserstoff, aber auch Ammonium effektiv reduziert. Außerdem erfolgt durch Austreiben von freier und somit aggressiver Kohlensäure eine Anhebung des pH-Wertes. Anschließend werden durch mehrere Filterschichten Eisen, Mangan oder sonstige Schmutzstoffe entfernt. Um die abfiltrierten Partikel wieder aus den Filterschichten zu entfernen, erfolgt nach frei einstellbaren Zeitintervallen eine vollautomatische Rückspülung. Für ein optimales Ergebnis wird hierfür gefiltertes reines Wasser aus dem nachgeschalteten Druckbehälter verwendet und das Filtermaterial in umgekehrter Richtung durchströmt. Die abgelösten Schmutzstoffe werden mit dem Rückspülwasser ins Abwasser ausgespült und in den Kanal geleitet. Übrigens, das vollautomatische Filtersystem wird werkseitig vormontiert, also bereits elektrisch verdrahtet und Werkstattgeprüf ausgeliefert. Dies hat den großen Vorteil, dass sich die Montage vor Ort auf ein Minimum reduziert und schnell und einfach fehlerfrei erfolgen kann.